Tor und Abwehr Marvin Schwäbe Der Torhüter verhinderte mehrfach mit starken Taten einen früheren Rückstand. Tells Halbkurschuss diente noch zum Warnwerden, doch gegen den völlig freien Guerrero musste Schwäbe sein ganzes Können zeigen und glänzend parieren. Keines Kopfball hielt er fest, bei Tells Schuss von der Strafraumgrenze musste sich der Keeper dann mächtig strecken. Wie in der vergangenen Saison musste ein Münchner Traumtor hier, um Schwäbe in der Allianz Arena zu überwinden, dieses Mal aus 18 Metern von Guerrero. Jan Thielmann Thielmann verteidigte als rechter Part der Viererkette erneut äußert aufmerksam, ließ Thiel in Halbzeit 1 kaum zur Entfaltung kommen. Erst nach drei rund 50 Minuten konnte sich das französische Juwel erstmals entscheidend gegen den Kölner durchsetzen. Fortan machten die Bayern mehr Alarm über Thielmanns Seite. Offensiv war der U21-Nationalspieler kein Faktor. Timo Hübers In der Anfangsphase gab es kein Vorbeikommen an Hübers, innerwider stand er im Strafraum im Weg. Als Bayern den Druck erhöhte, konnte er natürlich nicht mehr alles verteidigen, klärte einmal per Kopf vor die Füße von Coman, woraus Kanes Postenschuss resultierte. War auch fünf Minuten später im Kopfballdudel mit dem Engländer nur zweiter Sieger. Doch er tat gegen die internationale Klasse der Münchner bis zum Abpfiff alles in seiner Macht stehende. Jeff Chabot Obwohl es gegen die Bayern ging, spielte der Innenverteidiger eine weitestgehend unauffällige erste Halbzeit. Allerdings ließ sich Chabot von Kientunnen, der anschließend knapp die Bayern-Führung verpasste. Wie Nebenmann Hübers ging auch er mit einer guten Zweikampfquote, 67% gewonnene Duelle, vom Platz. Max Finkgreffe Finkgreffe begann mit einer starken Balleroberung gegen Coman und hielt den Franzosen auch in einigen Hochgeschwindigkeitsduellen gut in Schach. Seine scharfen Flanke an den Fünfer auf Adamian und Alidou hätten mindestens ein Tor verdient gehabt. Mal wieder ein auffällig guter Auftritt des Kölner Durchstarters. Benno Schmitz Schmitz kam nach 67 Minuten für Maina und übernahm die Rechtsverteidigerposition von Thielmann, der nach vorne rutschte. Nach 77 Minuten prüfte er Ulreich aus der Distanz. Defensiv ließ Schmitz nichts anbrennen. Dominik Heinz Heinz, eingewechselt für Thielmann, verteidigte ab der 77 Minuten hinten links, Finkgreffe wechselte in die Offensive. Sein erster Einsatz seit zwei Monaten war der längste unter Schulz. Blieb ohne Schnitzer. Mittelfeld Jakob Christensen Der Däne kassierte bei seinem Startelfdebüt nach vier Minuten gelb, da er Kehn von hinten in die Parade fuhr. Danach stoppte er mehrere aussichtsreiche Bayern-Angriffe, Nervosität war ihm trotz Premiere und früher Verwarnung überhaupt nicht anzumerken. Christensen hielt in den Zweikämpfen gut dagegen, gewann zwei Drittel seiner Duelle und brachte vor der Pause 94% seiner Pässe an den Mann. Am Ende landete er immerhin bei 88%. Dejan Ljubicic Mit einem starken Steckpass auf Alidu bereitete der Österreicher die erste FC-Chance vor. Bemerkenswert, Ljubicic ging ohne einen Fehlpass und ohne einen verlorenen Zweikampf in die Pause. Nach dem Seitenwechsel tauchte er ab, war allerdings auch mit reichlich Drecksarbeit vor der Viererkette beschäftigt. Farida Alidu Zentimeter fehlten Alidu zur FC-Führung bei seinem Abschluss aus spitzem Winkel in der 9. Minute. Aus seiner Kopfballmöglichkeit kurz vor der Pause hätte er mehr machen müssen. Hin und wieder wollte die Frankfurt-Leihgabe mit dem Kopf durch die Wand und blieb hängen. Florian Kainz Kainz probierte es in der Anfangsphase aus der Distanz, doch solche Versuche sitzen in dieser Saison so überhaupt nicht. Seine Kopfballchance nach 53 Minuten war aussichtsreicher, endete letztlich aber ebenso harmlos. An den Kölner Top-Möglichkeiten hatte der Kapitän keinen direkten Anteil. Damion Downs Nach seinem Tor für die U21 in der Vorwoche war Downs nun wieder Profi-Joker und ersetzte nach 77 Minuten Alidu. Der Youngster blieb als rechtsaußen ohne nennenswerte Aktion. Angriff Sages Adamian Adamian hatte die zweite hochkarätige FC-Chance, scheiterte aus 6 Metern per Kopf an Ulreich. Nach 36 Minuten sah er bereits als dritter Kölner Gelb, aufgrund eines taktischen Fouls. Er rieb sich in vorderster Front auf, hatte mit 21% gewonnenen Zweikämpfen aber eine äußerst schwache Quote. Linton Meiner Meiner begann als zweite Spitze neben Adamian, da Schulz Tempo in der vordersten Reihe wollte. Seine erste auffällige Aktion war ein Treffer allerdings nur per Fuß an Deliktskopf. Dafür gab es Geld. Kurz darauf prüfte er Ulreich von der Strafraumgrenze sein einziger Abschluss. Seine Geschwindigkeit konnte Meiner überhaupt nicht ausspielen. Luca Waldschmidt Spielte wie angekündigt wieder ein paar Minuten mehr als zuletzt, kam nach 54 Minuten für Kainz. Waldschmidt war jedoch kein so beliebendes Joker-Element wie zuletzt, bis er in der letzten Minute der regulären Spielzeit von Opamecano zum Ausgleich eingeladen wurde und zu hastig Abschluss. Steffen Tigges Tigges wurde nach 67 Minuten für Adamian eingewechselt und wäre beinahe wieder zum entscheidenden Faktor geworden. Nach Diersblock gegen Waldschmidt zog der Stürmer aus der Distanz ab und zwang Ulreich zu einer Parade.